Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was viele meiner Patienten im Winter beschäftigt. Das ist nämlich, wie komme ich gut aus dem Bett mit viel Energie, Freude und Konzentration in den Tag hinein. Und da ist eine Information ganz wichtig. Das, was uns alle reguliert am stärksten, das ist das Licht, das Sonnenlicht, das, was im Winter Mangelware ist. Wie komme ich damit zurecht? Was kann ich machen? Das Erste ist, am besten nach dem Aufstehen 10, 20 Minuten rauszugehen, spazieren zu gehen, zu joggen, dabei viel in den Himmel zu schauen. Oder, wenn das nicht möglich ist, eine Tageslichtlampe sich kaufen, auf den Frühstückstisch zu stellen oder wo auch immer Sie sich aufhalten, 20 Minuten lang und sich mit dieser Tageslichtlampe, die mindestens 10.000 Lux haben sollte, zu bestrahlen. Was sind die Effekte? Das Erste ist, die Ausschüttung des Schlafhormons wird unterdrückt. Dadurch werden wir wach und haben genügend Schlafhormon, um abends in den Schlaf zu kommen. Und das Zweite ist, das Glückshormon, das Serotonin, wird stimuliert. Dazu brauchen wir nämlich mindestens 1.000 Lux. Aber hier im Raum sind höchstens 300 bis 500 Lux. Deswegen zwei einfache Strategien. Entweder spazieren gehen oder sich eine Tageslichtlampe... in die Nähe aufzustellen, sodass man genügend Licht hat, um gut in den Tag zu kommen.